hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge spiro der drache let's go alpin brütsch alpin rich ich bin nicht dumm nicht so wie der letzte folge was was für ein level auch kurz war dies ist okay okay kann man viel sachen aber obwohl was okay das war mir schlaf sagen wir es mal so um es kurz ausdrücken auch zu bewegen oder spiel ich bin nervig man kann man kann dann nur über wenn die autoböcke steht jetzt haben sie noch mal ins dritte teil noch mal nachgemacht noch mal gemacht ich glaube ich war einmal ich weiß nicht den zweiten teil habe ich nie gespielt als falls auch im zweiten teil vorkommen dann tut es mir leid ist nicht erwähnt habe aber naja ist mir auch ein scheißegal weil den zweiten teil werden ja auch noch spielen in diesem sommer also wahrscheinlich schon auch schon früh lang der darf nicht weiterreden muss wird man abspringen hier oben oder da unten ich weiß nicht glaube es ist oder nie oder was kann ja am besten geschafft ich habe es geschafft im first try dacht obwohl ich scheiße habt ihr wohl recht aber naja dann hab ich noch mal mit meinen skills gezeigt das bittes lieben meis wie ich hab hier und wollen es schon immer sehen hier ist am schlimmsten und sprung und schaffst es bei ruhe jawohl ich noch so wenig leben und was wurde ich getroffen einmal kann ich mir denken oder war nicht und deshalb auch mein klus sowieso ich muss echt treffen ja 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 schon springen Was war das für eine Musik? Äh, 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 was, hab, 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 hab ich es gehört? Habt ihr es gehört? Was war das für eine Musik? Eldwood. Kindred. Danke, dass du mich befreit hast. Kein Ding, Alter. Dann gut, dass er ja noch erst mal so eine halbe Stunde noch eine Bewegung macht. Dann nehmen. So, anstatt man es einfach anpasst. Ich meine, so schwer kann es ja nicht sein, um es anzupassen. An die Sprache. Ich meine, dafür kann man ja Variablen benutzen. Ich meine, what the fuck? Variablen sind jetzt nicht so schwierig zu machen. Ich meine, ihr macht ja überall Variablen, hm? So wie Leben. Und Edelstein-Counters. Wobei ich glaube, da ist jetzt hier etwas. Wobei, ich glaube, ich glaube, es ist auch eine Variable dabei. Irgendwo. Ne, ich kenne mich jetzt nicht mit eure Brücke. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Von was? Warum hab ich mich da erschrocken jetzt mal ganz im Herzen. Weiß ich auch nicht. Aber ich schätze, angehender Programmierer, kenne mich schon etwas mit dem Inneren aus seines Programms. Und so schwächer es mir ist, ist eigentlich auch nicht. Hier gibt's schon 500. wie kann man das zum anfang fliegen falls man es nötig hat zander gute arbeit wenn du so weitermachst lernst du alle tricks der magic kraft der welt eine darauf habe ich keinen bock mehr das ist das beste ende ich hätte jetzt wirklich so ein black screen einführen müssen für fünf sekunden also ich verfolge es noch nicht calvin kevin war zum mainstream das muss ich nicht sagen ich habe bis jetzt hier das einzelne gefunden ja ich weiß ich habe etwas übersehen aber ich würde jetzt mal ein rundum machen du 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 meins und nochmal zurück laufen war um sich dazu gehen dass man nichts verpasst hat oh gott Nicking nie Nee 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 Du bist retarded Und nochmal Mein Gott oh gott das wird schon der ort das wurde doch was und ich sehe nichts perfekt das liegt daran weil ich so absolut fehlerlos finde absolut geflohr das sollten alle gewesen sein erwoll mich schon dass die kinder nicht sparen sind normalerweise sollte es eigentlich mal so sein naja ab nach hause da haben wir schon viel eingesammelt so hoch springen dann noch den bus ausnutzen anscheinend habe ich den bus auch nicht bekommen wollen ein bisschen da muss man noch ein bisschen rennen vorher ich habe nur übersehen ich bin dumm fällt mir auch jetzt erst auf aber es ist so was von der fähig aber hat es nicht ich mag es nicht wirklich okay es ist richtig unübersicht ist es gibt fünf milliarden verschiedene wegen ich werde mich bestimmt verlaufen und von diesen facken tun aus vielleicht auch 25 getroffen bekommst du spires ohne übersicht ist nicht mehr auf am 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 cyrus oh mein gott ist er eigentlich sind ruhen gar nicht so scheiße und scheint haben sie etwas ein trin in diesem spiel also ist es ein paar die trin ja einigkeit mit der natur und so explosion und so hau kaputt junge zack zack hat das kaputt also nicht also danke danke dass du sein gesammelt hast da unten sind wir gut anscheinend darüber fliegen ja kann man so viele speedrunner die einfach hier durchgehen na gut dann brauchst du nicht mehr hingehen ich weiß ich hab verbinde den super sprint mit einem sprung und gläden und tut mir leid ich konnte das kleid nicht behalten gläden und ich spreche es immer scheiße aus ich weiß aber das sind die lieben zumindest müssen immer erwähnen ja mach ich das jetzt komm ich mach es jetzt weißt du scheiße ist und ich hasse gucken johann zu trefferrat ist dass einer da ist einer und schon der letzte ja gott ich habe alle erwischt oder ich hoffe ich habe alle erwischt wenn ja dann ist ihm sexy ich habe keinen bock den noch mal zu machen sind echt nervig ach wusste ich dass hier noch keiner ist hier und noch einer ist gott bis zu tun nicht durch und sollen hier unten ist dann greifen wir einen an die kann ich vorher oder haben besiegt und du bist ein super spiel und das passiert bald kennenlernen nimmst die super bitch die lässt den rot anläufen anlaufen der hat uns ein super feuer die man alles rösten kann und mit allem meint ich alles auch das ding hier die wand es ist wieder ein die wand kann auch rösten man kann schon die ganze zeit rösten ein super bitch verbraut sich nicht mehr tschüss bist du feuer schweiß wo ich das nicht wollte gut super bitch meine freunde die super bitch ich hasse diese wanzen wenn ich erst groß und stark bin wie du zerquetsche ich sie alle bis es soweit ist vergiss nicht dass der super sprint dich unschlagbar macht der super spinnt meine freunde der super spinnt der hält alles aus ja und du kannst fünf milliarden sachen reingehen reingelegt ja gut das wird sich stolz uiiii pfff kamera easy aber nun stellt sich die frage wie komme ich hier nur lebendig weg ich muss ich muss zur höhle anderfalls verliere ich mein leben hätte es so geklappt hat seine höhle zu fliegen ich kann nicht erwartet ich wollte einen joke bringen aber muss man hier überhaupt einmal die fehl benutzen ja man muss aber das ist einmal die fehl benutzen ok gut sind die die fehler die machen uns unsterblich uiiii ok es ist unsterblich aber man kann nicht mehr unterfallen in diesem level also nur in diesem abschnitt und das kann man schon unter nein 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 ich will gar nicht unter super spinnen machen mal 1 ich glaube die gibt es auch nur in diesem level was wir auf allem was der zu bringen hat auch so gehört das ich würde so etwas noch das ist ja körperchen zu einfach das ist ja aber sicherlich oder nicht hei geld ei familie geld familie geld familie geld geld tak oh mein gott tod er auch schön mein gott hätte sich springen der heißt sogar rüber geschafft jetzt zu geld und familie gehabt oh mein gott weil das ist die wohnung kombo ein super sprint danke nein hatte kein super sprint was war wie komme ich da kommt jetzt sind auch ein super sprung dafür und das wahrscheinlich müssen müssen ist wahrscheinlich musst du davon die aus war warum bin ich gut without looking bitch for 20 um die ecke holt bin ich bin ich ein guter spiel alter war halt echt sexy und war von 500 stand alle drei eier mal 3 3 man sich ein spacky views wenn es überspringen nach hause oder auch nicht weil ich dumm so zwei weisen und 20 minuten also das hier im hauen land hat mich so dass er weiß auch keine schräge ist und ich habe gewonnen warum es nicht so schräg ausgelassen wo ich bin retarded wo ich bin tot ups nein du hohen tochter wizard peak das ist noch auf jeden level dann kann ich mich halt gar nicht erinnern ach so ist das ja jetzt erinnert mich nicht die wo man die eben anfangen nicht schön kann man nur wusste noch nicht mal dass ein dicker war ich habe einfach mal instinktiv einfach vorher gespielt gespielen ich tue gerade all meine gina verspielen und nein mein spax 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 und auch und eins war sie ist du kommst jetzt her und ja ich wusste nicht wo es war das zu etwas später war das war anscheinend hier naja sparky line und ich weiß doch kein schul aber es ist mir scheißegal ist ja mein spa ki line und wer was gehen schule hat er soll sich von meinem kamera verpissen weil ich bin homosex wenn ich nicht bin ich bin ja nicht homosex ich nehme eure konstruktive kritik gerne am herzen ja so scheiße wie ich im letzten aber d idi可笑 ich senza vieles kennenzulernen Oder ging es anders? Ich reiß drauf. Was ist das? Äh, wir sehen Hearthstone. Bin ich wirklich so dumm? Bist du dumm? Bist du dumm? Dumm? Bist du dumm? Dumm. Bist du dumm? Bist du dumm? Bist du dumm? Dum? Dumm? Dum? 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 Tum? Dum? und tut ja dumm wie ein stück scheisse enricht auf schicksal rescheiße gern auf ein scheiß Porn Bitch Burn ich bin doch noch ins Wasser ich bin da auch noch ein ich will ja unbedingt Wasser springen ich will ja unbedingt sterben ich bin ich da muss auch toll wenn man ein bisschen Kind und das wird es gehen wird wenn man sich die vorgehen dass du in diesem schlossiger das ist die karten damit mit einmal vorher sprechen geschafft habe easy double headshot oder so schavers man zitieren die gleich kunden werden oder was spoilert so ein bestes man tut ja ich weiß so was prinz mit mainstream Mainzwee 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 ja zu menschen räumen der erste paar ist ja bereits draußen ja also nur der erste war ich den karten voraus auf ich bin zum ersten mal mein leben vor im voraus auf ich habe schon mehrere von europa ausgenommen aber es muss man das so wirklich sagen kann es im voraus aufnimmt konnte oh gott ich habe das ganze lieber und zurück da bist du dick ungefähr so muss das jetzt vorstellen dass das ich habe einfach nur zeit zurück ich meine mein ganzer league content ist eigentlich im voraus aufgenommen worden das kann sich eigentlich anders kann ich dann schneide ich meine ich nehme eine ganze woche auf muss dann an einen tag zu ließen wird um sagen dass nicht im voraus aufnehmen ist für das machen so wenig luft ja ich muss von juma aus aus mir scheiß egal so gerendet exakt we tal we tal er komplett twitter gottes war ja super knapp oder auch nicht oder auch nicht kommen und soll schon getippelt die schießen schießen die können schweren was meint hexos scheiß hexer ich kann mein job es würde ich mein geld ich hatte mit youtube kein geld ich kann mich nicht mehr verletzter ich kann mich nicht mehr verletzter Burn. Du du du. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Run. Animation Cancelling. Animation Cancelling with Pixar and Yoshi. Wenn ihr Clip runter fällt, dann habt ihr animatoren vom Einsamen verkackt. Au. Was der letzte? Wie es fehlt mir einer? Wie es fehlt mir einer? Oh nicht auf alle. Jawoll. Wuuu. Lukas. Der Wepper. Hör gut zu Spyro. Es gibt einen geheimen Bereich in der Artistwelt. Er befindet sich am Wasserfall. Spring dort auf die Steine. Er hat es einen Wellen. Wasserfall. Klingt gut. Habe ich denn schon tausendmal versucht? Der Hohelsohn. Wie hieß? Na gut, so geht es auch. Jetzt habe ich es auch mal gesehen. Einfach nur weil ich Spitale bin. Ich habe es jetzt schon tausendmal ohne Sofa sucht. Geht es denn jetzt? Jetzt wo er es gesagt hat, dass es geht. Er hat so viel geserbt. 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 Es ist ein ganzes Konzept. Aber ich musste uns nicht aufs Spiel. Ich habe es mir zuerst noch gesprochen. ja 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 die sogar alle geben ich bin dumm letztes laute so diesen paar 20 für mich nicht ist für mich das dazu ich fliege rum und ich treffe nichts und das war's tak 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 warum bin ich nach oben geflogen das kostet mir jetzt viel zeit eine 30 kunden und noch mal 30 kunden als kunden also konnte ich hätte die flugseile erst mal machen sollen nach ihrer und ich darf den ersten ich nein mein gott das ist so ein schöner versuch denken oh mein gott bin ich also das hätte so ein schöner versuch denken zurück wieder in die hölle des löwen und den ersten verfassen aber scheißegal war ich blicke muss wieder in seinem x-voodling Ich habe die Angelegenheit in der Passe. Was ist hier? Malatt. Ich habe die Angelegenheit in der Passe. Was ist hier? Filthy Casual. ja haha super easy aus dem handgelenk so jetzt mache ich die flugzeuge wo ist der letzte da ist der letzte mein gott ist gerade im tor vorbeigeflogen oh mein gott oh gott ich bin reingeflogen wasser und noch einer und der heißt geschafft mit 20 und ich sage das war dieser folge oder ja auch nicht